Die Kombination Cadenti und RWDM für die durchgängige Produktion erspart enorme Ressourcen in der Produktion. Und wie gesagt, die Fehlerquelle ist quasi bei Null. Es ist auch auf der Montage einfacher geworden, weil es ist relativ viel vorgegeben in diesem ganzen Prozess. Es ist einfach in einem Wort zusammengefasst, man optimiert. Mein Name ist Adrian Bernhard. Ich bin Mitinhaber und Geschäftsführer der Firma Brunner Küchen AG. Wir sind ein Betrieb mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir produzieren hochwertige Kücheinrichtungen. Das sind zwischen 300 und 400 Küchen pro Jahr. Plus noch einen hochwertigen Innenausbau, den wir auch mitproduzieren. Aber der Fokus ist auf den Küchen. Betriebsmotto ist nie zulassender Qualität. Und zu diesem stehen wir. Zu diesem steht jeder Mitarbeiter von uns. Jeder arbeitet an diesem Credo. Wichtig ist immer die Kundenbedürfnisse und Kundenzufriedenheit, die bei uns an erster Stelle stehen. Warum haben wir uns für Cadenti entschieden? Wir haben gesehen, mit unseren sehr modernen Maschinen, unserem Maschinenpark, können wir durchgängig produzieren. Und das war eigentlich das Ziel. Dann hat man evaluiert, mit welchen Systemen das möglich ist. Und wir waren dann sehr schnell auf dem Cadenti. Und dann natürlich auch in Zusammenarbeit mit der RWDM, der den ganzen Datenstamm liefert. Uns, der Brunnerkuchen, hilft es extrem gut, mit RWDM zusammenzuarbeiten. Denn RWDM, wie auch wir, sind gewillt, immer auf dem neuesten Trend oder Stand zu sein. Wir machen Sachen, die manchmal, man hat das Gefühl, fast unmöglich sind. Wir versuchen diese aber zu ermöglichen. Und als Partner mit der RWDM ist das natürlich sehr gut. Wir arbeiten gut zusammen und versuchen das auch zu lösen. Ich bin jetzt auch gerade momentan an einer Revego-Türe dran. Das ist ein sehr komplexes Beschlag der Firma Blum, die sehr viele Bohrungen drin hat, wo die RWDM mit ihnen zusammenarbeitet, wo wir eigentlich alles reinrechnen. Das heisst, ich vertraue dem, ich kann das reinrechnen und meine Bohrungen stimmen. Also, wenn ich das selber machen muss, dann wende ich sicher gut den Tag auf, nur um die Bohrungen zu übernehmen, wenn ich das selber müsste. Der grosse Vorteil für uns ist, dass wenn das sauber geplant ist, dann haben wir eigentlich einen Unfehler in der Produktion. Wir produzieren viel, viel schneller, wir sind leistungsfähiger und wie gesagt, keine Fehler mehr in der Stückliste. Das gibt es nicht mehr, wo früher Fehlungsfehler auftraten sind. Für Produktion ist es der Vorteil, jeden Anbau, der oben zeichnet und planet, sind die Möbel gleich da unten. Weil da unten haben wir vorher jeden separat programmiert und da haben wir nachher auch Differenzen in den Möbel. Und jetzt kommt es oben runter und es ist eigentlich alles gleich. Ich habe natürlich jetzt mehr Zeit auch für die Lehrlinge, weil von hinten natürlich auch schneller durchlaufen. Man hat die Produkte der Küche, von den einzelnen Möbeln ist man schneller. Und dadurch habe ich auch mehr Zeit, um auch mal zu kontrollieren und zu schauen, ob die Arbeit auch richtig gemacht ist. Der Support von RWDM ist sensationell. Also wir haben hier eine super Unterstützung. Wir haben jetzt im Beschlägkatalog. Das ist für uns enorm wichtig. Da gibt es schon recht komplexe Beschläge heute auf dem Markt, wo man ganz einfach ausgedrückt heute in Plan hineinziehen könnte. Und das sind sämtliche Bearbeitungen sind bereits drin. Wir müssen nicht noch alles manuell eingeben. Das ist super. Es geht schnell bei RWDM. Auch Spezialwünsche, die man halt hat, die werden schnell umgesetzt. Es ist wirklich für uns ein Traum, so zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich für uns ein Traum. Danke.